Rottweiler Dame, ist auch eine Dame, ne? Genau. Man nannte sie auch die Knutschkugel, was tatsächlich Rottweiler-typisch ist. Warum so viele Rottweiler so auffällig sind, liegt daran, dass es sehr starke Hunde sind. Manchmal auch Hunde, die selber Entscheidungen treffen, aber leider auch ganz oft am Finger gehalten werden. Und das schlägt nun mal aufs Gemüt. Davon ist sie ja noch weit entfernt. Sie ist der rassetypische Knutschhund, wie man sieht. Aber die ist auch ganz jung, ne? Ja, das meint man jetzt so, weil sie sehr klein und zierlich ist, aber sie ist tatsächlich schon vier Jahre alt. Da kommt also auch nichts mehr. Die Logan haben wir übernommen von einem anderen Tierschutzverein. Die sollte eigentlich nur zeitweise bei uns wohnen, weil sie von unserem Tierarzt operiert worden ist. Die ist nämlich voller Schrotkugeln gewesen. Der Großteil ist schon raus, aber das ist natürlich eine Frickelarbeit. So lange konnte man sie nicht in der Kose liegen lassen. Sie muss noch mal unter das Messer, damit der restliche Schrot rausgeholt wird. Die Logan ist total lieb und freundlich, wie Sie hier sehen. Ich habe sie heute selbst erst kennengelernt, weil sie erst zu kurz bei uns ist. Und ich glaube, ich kenne sie auch nicht, ne? Aber sie sehen total lieber kleiner Rottweiler, sehr handlich. Auch noch von der Größe, denke ich, für Rottweilerfreunde, die sich vielleicht noch einem großen Bulli in Grünen nicht mehr zutrauen. Werden Logan super. Sonst wissen wir noch nicht so ganz viel über sie, aber das lernen wir alles noch kennen. Aber bei der zum Beispiel würde ich auch irgendwie, die wirkt so aufgeschlossen, als wenn der egal ist, wie alt die Menschen sind, ob klein oder groß, ne? Also ich würde sie auch so einschätzen, dass sie durchaus zu Kindern könnte. Sie hat auch gerade bei der Führung jeden Menschen freundlich begrüßt und fand das alles total toll. Ich würde sie schon so einschätzen, dass sie eigentlich auch ein Anfängerhund ist. Definitiv. So wirkt sie auch, ne? Einfach ein guter Laune Hund. Das waren die Hunde aus dem Tierheim. Ne? Oh, da, der Valentino. Kommt doch. Genau. Genau.